guten tag meine freunde es geht wieder los mit dem nächsten angriff also ganz ehrlich momentan ist gerade so übel der poké fail für die gegner das geht gar nicht ich gehe vorsichtig ran 1 2 3 4 5 weil sonst sitze ich da die ganze zeit kommt gar nichts dann kommt ein townhall 9 mehrere hintereinander jeweils aber nur 45 kappa die gar nichts bringen dann brauche ich ihn auch nicht angreifen und jetzt hier 16 kappa was will ich mehr easy going und er hat jetzt hier garantiert nicht ansatzweise damit gerechnet dass man halt wirklich mit queen walk reingeht weil guckt mal ich kann ja über locker über die beiden mauern schießen das ist ja gar kein thema da lachen wir ja drüber und zack ist townhall down jetzt kommt da ein kleiner riese und ich würde wetten das ist nicht nur der einzige der da in der cb sitzt da kommt noch irgendwas anderes aber ich gehe da ganz vorsichtig ran jetzt kann der mich ja ganz normal anhitten dann sagt die queen mal kurz hallo bam hau ab du sau genau da kommen noch ein paar mehr ich weiß gerade echt nicht ach doch ich ich gifte die weg ich gifte die weg ich mache da ein ganz chilligen draus und dann sollte das passen schon wieder brauche ich meine cb nicht das ist natürlich ziemlich geil das freut sich den da freut sich der gusua extrem drüber ganz klar so ich habe ja beim letzten video noch gesagt ich wette mit euch ich werde die ganzen mauerbrecher verballern ich hoffe es natürlich nicht so da habe ich natürlich schon mal jetzt fail gedroppt auf jeden fall aber gucken wir mal dass wir hier reinkommen dass uns hier halt nicht die luftabwehr hier alles kaputt macht von heilern her so jetzt wird es wichtig ja genau gehen ah ja klar logisch ist natürlich in der range von der luftabwehr drinne ganz klar so jetzt schauen wir wo hier was geht jetzt muss ich aufpassen ich will aber auf jeden fall noch meine 50 prozent besonders beim 16 kapper da muss noch was gehen dann droppe ich noch mehr heiler ist mir vollkommen banane und dann seht ihr mal wie die heilwirkung der heiler runter geht jetzt gucke ich mal ob ich hier ja ich denke mal die werden auch wieder zu spät kommen ja da hat die queen denn schon alles vorbereitet beziehungsweise fertig gemacht und jetzt werden hier guck mal Guck mal jetzt selber im ja im unsichtbaren zustand schaffen die drei heiler irgendwie nicht mehr wirklich was so hier passt so jetzt geht expo hier guck mal wie wie krass das ist die 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 heilwirkung klar ich meine jetzt schießen drei sachen auf mich aber die ist down also die wird höchstwahrscheinlich komplett down gehen obwohl die im rage sind guck mal die geht down und da braucht mir keiner sagen oh naja warum nimmst du das denn nicht hier guck mal hier können wir noch wirklich was machen mit den barbaren weil die barbaren noch richtig gut geheilt werden können das heißt also da könnten wir noch der sache in schnäppchen schlagen dass wir da halt echt noch wenn es zeitlich passt müsste klappen dass wir uns hier versammeln und noch ein bisschen was eskalieren Ich guck mal dass sie ein bisschen ablenken kann weil ich will noch unbedingt meine 50 prozent machen Kriegen wir das hin das wäre eine ziemlich geile nummer Kommt leute eskaliert mal ein bisschen ohr schade extra non rage rausgeblasen weil ich halt wirklich dachte könnte man hinbekommen ist ein bisschen fehl ist natürlich ein bisschen fehl dann muss die natürlich jetzt nicht geheilt werden sondern einfach mal fünf gems nochmal verballern und dann ist das okay anfrage hätte ich früher dran denken müssen aber als ich dann gesehen habe okay die zeit läuft leider ab war es dann auch für mich zu spät ja wie gesagt das sind so eine kleinen fehler die man halt noch ja beseitigen muss Aber das ist auch immer so sobald man dann sagt gut okay ich habe das townhall in der tasche dann wird man da auch ein bisschen relaxter teilweise ein bisschen zu relaxed ganz klar und denkt man sich ach naja passt schon aber dass ich halt die nächsten was sich vier oder fünf pokies mir hätte noch verdienen können Sagt wie ein bisschen ärgerlich ganz klare geschichte hier so gucken wir mal Alter 66 kde gefarmt ist richtig krank das ist richtig geil Haben wir wohl wieder mal einen kleinen bekloppten im klaren also das ist richtig richtig also bekloppt im positiven sinne ich glaube das solltet ihr wissen Kalle 2 hexen kann ich dir leider nicht geben ich könnte aber was bauen Ich meine hecke Hexen gehen eigentlich immer weg Kann man ja noch mal ein bisschen was raushauen Und sonst ja wie gesagt Läuft hier mega gut das ist momentan mein poki high Und 4 minu noch 48 dann bin ich champ 2 Und ganz gechillt also ich weiß ja wirklich noch wie ich vor dem update echt gezittert habe Schafft man das schafft man das und mich da richtig über jeden pokal gefreut habe und jetzt seht ihr hier wie es hier momentan abläuft also guter loot Dann sogar noch halt der ligabonus mega fett also das läuft hier echt richtig richtig gut Hier hat domi noch mal raus Ja er hat noch alles für ein queen walk Ich denke mal auch ja genau Haut er auch ein queen walk raus nimmt aber acht teiler wenn ich das jetzt richtig gesehen habe Können auch sein dass ich mich jetzt vertan habe aber wie gesagt domi da an dich es sei denn du sagst hey das ist wirklich super gut funktionierend aber Probier es mal wirklich mit weniger du merkst dass die effektiv ja wirklich effektiver arbeiten Als mit acht also weil ihr habt jetzt gerade im video gesehen ich habe halt die nächsten ich hatte ja dann auch acht Und die letzten drei ihr habt es gesehen das ist nichts mehr das sind kleine amputierte wesen Guck mal hier 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 stopp Das ist ein zwölfer king Das ist ein fu king Fu king zwölf ja nur mal so ha 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 wortwitz So Das ist nichts das ist nichts ja was hittet ihn die kanone Tesla Expo Zwölfer king Oh Das ist nichts Das ist nichts Und jetzt musste er ragen Und dann war's das Das heißt also hier guck mal hier Bestes beispiel wieder Zwei expos Hier minenwerfer brauchen wir Können wir ganz außer acht lassen das ist gar nichts Magiaturm Zwei expos Aus Und das war's Guckt mal Wie die am tacklen sind Er muss wieder an rage rauf hauen Das ist der perfekte beweis dafür Dass Mit mehr als fünf feilern sage ich jetzt mal ich weiß nicht ob es fünf oder sechs muss ich ganz ehrlich passen Ob es fünf oder sechs sind aber ich nehme mal am anfang fünf Und Dann wirklich wenn halt was nicht in ordnung ist dann nochmal nachsetzen Weil ihr seht selber das bringt null da wärst du effektiv mit fünf heilern noch besser gewesen Man hat 30.000 weniger ausgegeben Und Hat dann die möglichkeit wenn halt wirklich ein paar heiler Kaputt gegangen sind Setzt man halt nochmal nach aber das war's dann auch so jetzt gucken wir mal hier Jetzt Jetzt heilen die ordentlich aber wie gesagt gerade auch mal bei einem expo 3 Oh Da passiert gar nichts bei fünf heilern Das ist ganz gechillt Ansonsten natürlich ein geiler durchmarsch ganz klar Aber Hier sieht man halt wirklich wie wichtig es ist mit den Mit dem Luftfeger halt kann man richtig auseinander genommen werden Ganz ganz wichtig guckt wo die halt stehen Wenn ihr das halt eben auch machen möchtet Und dann ja Greift da so an dass euch die Luftabwehr Beziehungsweise die Luftfeger euch nichts anhaben können Gucken wir mal ob wir hier noch Aber so habt ihr es halt gesehen Nicht die menge der heiler verwenden Weil sonst bringt das gar nichts Das ist wirklich nur noch kontroproduktiv Kontro Kontraproduktiv Gucken wir mal ganz kurz in cw rein Wir haben nämlich In den letzten ich bin halt wirklich nicht dazu gekommen Mein Clan Wir gehen kurz in den Kriegslog rein Da haben wir richtig richtig gut gewonnen Da haben wir richtig in den Sack bekommen Karte ansehen Gucken wir mal kurz Mein Team Einer nicht angegriffen Das ist Das ist Vollkommen in Ordnung So Wenn man dann verliert Ist es eine Sache Dann hat man halt aber wirklich wenigstens Alle Möglichkeiten gegeben Ob man alles gegeben hat Ist noch eine ganz andere Geschichte Aber so kann man schon mal sagen Gut okay Es wurden wenigstens die Angriffe gemacht Der Rest ist dann noch eine ganz andere Geschichte Aber ich glaube ihr wisst was ich meine So dann gucken wir mal hier gerade Ich gucke mal in den heroischen Angriff rein Achso Ganz ganz wichtig Was mit Brennerchen Weiß da jemand was Ganz 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 wichtige Geschichte Das wäre mal ganz wichtig für mich Weil ich hatte mich mit Lichtle drüber unterhalten Weil ich ihm halt gesagt habe Ey du gibt gerade Probleme mit meinem Google Konto Und dann sagt er ja Pass auf Hier von Brennerchen Der Account ist weg Also beziehungsweise nicht sein Account Sondern halt Der YouTube Kanal ist weg Wisst ihr was dazu Seid ihr Abonnenten von Brennerchen Wie läuft das ab Wisst ihr da irgendwie was Das wäre mega interessant Was da los ist Also jetzt gucken wir mal hier Den hier nochmal im Schnelldurchlauf Klar die Adler Artillerie hat sich halt richtig Ja wie soll ich sagen Eingebrannt sage ich jetzt mal Also in die normale Dev Dass der halt wirklich ein fester Bestandteil der Dev geworden ist Und natürlich auch richtig übel auspackt Also ich bin ja persönlich der Meinung Dass das Ding ganz schön OP ist Also Ist ein bisschen too much Finde ich Ist meine Meinung Aber wie gesagt Für mich ist das eben momentan Noch absolut gar kein Thema Weil ich In dem unteren Bereich von Champ 3er ist es ja Da habe ich fast keine Town Hall Elfer Die ich irgendwie als Gegner bekomme Und von daher Ist das für mich total irrelevant Weil ich die dann halt auch nicht angreife So das war es dazu Ein ganz 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 kurzer Ausflug in den Clan War Und Das soll es gewesen sein Wie gesagt Wenn ihr was wisst Über Brennerchen Schreibt es rein Auch wenn ich die Kommentare Nicht beantworten kann Haut rein Ciao Ciao